Herzlich willkommen zum achten Video dieser Einführung in die IFS oder Internal Family System Theorie. In diesem Video möchte ich mit euch das hier erforschen, nämlich das Thema Selbstführung. Was ist Selbstführung? Warum ist Selbstführung im Modell von IFS so wichtig? Und wie sieht eine gesunde Selbstführung aus? Was ist Selbstführung im System? Das heißt, das Selbst hat alle Kompetenzen und Fähigkeiten, die es braucht, um unser System zu führen, um die leitende Rolle in unserem System zu übernehmen. Um die Wichtigkeit der Selbstführung zu verstehen, ist es, glaube ich, gut, an dem Punkt anzufangen, dass wir als Menschen motivierte Systeme sind. Motivierte Systeme heißt, dass wir uns immer, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, auf die Dinge zubewegen, die wir als wertvolle achten oder die wir als Ziele auserkoren haben, weil wir glauben, dass sie uns helfen, mehr von dem zu bekommen, was wir als wertvolle achten bzw. was wir wollen. Das heißt, unser Leben ist immer und dauerhaft an genau diesen Rahmenbedingungen orientiert und auf einer Ebene kann es auch gar nicht anders sein, denn in jeder einzelnen Sekunde deines Lebens, meines Lebens, aller unserer Leben, haben wir eine nahezu unendliche Menge an Dingen, die wir tun könnten. Und dann ist immer die Frage, welche davon tun wir denn? Und da ist die ganz simple Antwort, die, von denen wir glauben, dass sie uns unseren Zielen und Werten näher bringen, die unserer Motivation entsprechen. Das ist erstmal das Wichtige, über uns als Menschen zu verstehen. Und im IFS-Kontext kann man sagen, unterschiedliche Teile haben ihre eigenen Ziele und Motivationen. Das haben wir besprochen, für die Beschützer, für die Verbanden und so weiter und so fort. Das heißt, Teile wollen eigene und unterschiedliche Dinge und je nachdem, welche Teile in uns aktiv sind, werden sie uns dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun und teilweise eben uns in unterschiedliche Richtungen zu ziehen. Und diese Tatsache, dass Teile ihre eigene Motivation haben, ist auch im Kern dessen, was eine ungesunde Führung im System ausmacht. Wenn wir eine ungesunde Führung im System haben, wird diese besonders von Teilen geleitet. Und das führt eben häufig dazu, dass wir unterschiedliche Teile haben, die uns in unterschiedliche Richtungen ziehen, in diesem Beispiel rechts und links, und die nicht integriert oder ausgerichtet sind. Das heißt, dass je nachdem, welcher Teil in uns aktiv ist, wir in ganz unterschiedliche Richtungen in unserem Leben uns bewegen, die Teile immer wieder übernehmen und dann dazu führen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen, die zumindest andere Teile nicht wollen oder die sogar wir auch vom Selbst aus nicht wollen. In einem ungesund geführten System sind häufig die Teile miteinander polarisiert, das heißt, sie wollen in unterschiedliche Richtungen sein. Der eine Teil will Sicherheit, der andere Teil will gesehen werden und es gibt immer wieder diesen Kampf zwischen den Teilen. Und wir sind häufig mit anderen Menschen sehr verstrickt, weil unsere Teile und die Teile in anderen Menschen miteinander reagieren, voneinander abhängig sind und so weiter und so fort. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, in einem ungesund geführten System sind die Teile sehr hart am Arbeiten, das Selbst führt nicht und meistens haben wir viele Konflikte, die daraus entstehen, dass wir immer wieder in unterschiedliche Richtungen gezogen werden. Das Ganze sieht in einer gesunden Selbstführung anders aus und ich möchte da erst einmal mit dem Grafischen beginnen. In einem gesunden, vom Selbst geführten System haben wir eine andere Grunddynamik. Wir haben die Teile, die eher, die nicht 100% in die gleiche Richtung gehen, aber die eher in eine ähnliche Richtung gehen. Wir haben das Selbst, was selbst höhere Ziele, Werte und ähnliches hat und auch denen entsprechend und ausgerichtet an die handelt. Und wir haben viele Teile, sowohl Beschützer als auch eben Verbannte, die im System besser integriert sind, wo es weniger von diesen massiven Abspaltungen gibt. Das wäre die grafische Darstellung. Das heißt, in einem vom Selbst geführten System sind die Teile integriert und ausgerichtet. Ausgerichtet, ausgerichtet an höheren Werten und Zielen, das heißt an Werten und Zielen, die mehr von dem, was uns wichtig ist, von dem, was hilfreich, gesund für uns ist, in sich integrieren. Und durch diese Integration und Ausrichtung gibt es vielmehr eine Balance zwischen den unterschiedlichen Teilen, auch zwischen den unterschiedlichen Qualitäten von Teilen. Denn unterschiedliche Teile von uns haben ganz unterschiedliche Qualitäten. Manche sind zarter, manche sind kraftvoller, manche sind A, manche sind B. Diese sind aber dann ausbalancierter und damit können mehr und mehr unserer Anteile und unserer Qualitäten auch in ihrer natürlichen Form in unser Leben finden. Dafür braucht es aber das Selbst als Führung und Vermittler. Wenn nur Teile versuchen, sich miteinander zu organisieren, dann fehlt dieses höhere Ziel, diese höhere Ausrichtung und dann fehlt jemand etwas in unserem System, das die Teile zusammenbringen kann. Dafür braucht es das Selbst. Und an der Stelle könnte man sagen, dass das Selbst als Führung eben von Natur aus, von sich aus geeignet ist, das System kompetent und natürlich zu leiten. Das Selbst hat alle Qualitäten, die es dafür braucht, wie die acht Cs, diese Qualitäten der Präsenz. Das Selbst ist offen allen Teilen gegenüber. Das Selbst ist mutig, um voranzuschreiten. Das Selbst ist kompetent. Durch diese unterschiedlichen Qualitäten der Präsenz kann das Selbst Teile sehen, hören, verstehen, kann anerkennen, dass jeder dieser Teile wichtig ist, eine positive Intention hat, positive Qualitäten hat und kann gleichzeitig ausgerichtet an den höheren Zielen verhandeln. Wann ist was auch hilfreich? Wann braucht es ein bisschen mehr Entspannung der Teile? Wann braucht es auch volle Kraft voraus der Teile? Denn manchmal müssen die Teile, oder nicht müssen, aber manchmal ist es sehr hilfreich, wenn bestimmte Teile einfach voll übernehmen. Das können kompetente, hilfreiche, gesunde Teile sein, die einfach bestimmte Dinge übernehmen können, wie zum Beispiel den Kraftakt, diese ganzen Videos aufzunehmen. Da ist auch Selbstqualität da, aber da sind auch einfach Teile, die bestimmte Dinge gelernt haben, präsent, die aber gerade unglaublich hilfreich sind, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Das heißt, all diese Qualitäten sorgen dafür, dass das Selbst die Führung im System übernehmen kann und dass Teile, selbstähnliche Teile, da sprechen wir in den zusätzlichen Begriffen noch drüber, das nicht können. Und deswegen kann man auch im Übergeordneten sagen, Selbstführung ist das Ziel der IFS-Therapie. Die Hoffnung und die Ausrichtung der Therapie oder auch des Coachings mit IFS ist, dass Menschen über die Zeit der Therapie mehr und mehr Selbstführung erlangen können. Das heißt, dass ihr selbst in ihrem Leben im Zusammenspiel mit ihren Teilen mehr in Führung kommen kann. Das ist das übergeordnete Ziel. Und damit sind wir am Ende dieser ersten Videoserie zur Einführung in die IFS-Theorie. Ich hoffe, diese Serie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie weiterleitest, wenn du sie Menschen mitteilst, die davon profitieren können. Und ansonsten werde ich jetzt mich dran setzen, die nächste Videoserie aufzunehmen, wo es um die Einführung in die IFS-Therapie geht, die unterschiedlichen praktischen Schritte, Tools und so weiter und so fort, wie diese Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Wenn du magst, schau auch da gerne rein.